Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu seinem Snipergewehr in Cry of Fear Wir haben jetzt hier erstmal kurz noch Golem tot gemacht und so Und naja, jetzt YOLO'n wir hier ein bisschen durch Hier hinten liegt Shotgun-Munition für dich Das wusste ich von... AAH! Oh! Ich langsab Ok, langsab Ich hab das Sarynge... Ich darf nicht sterben! Nein, nein, nicht sterben, bitte Ey, ich hab nen Sniper, ich darf nicht sterben Nicht sterben, bitte lass das Das ist jetzt ungewohnt für mich, dass ich nicht sterben darf Oh mein Gott, ich hab's durchgeschafft ohne getroffen zu werden Ich nicht Ich bin Gott Ähm, warte mal, ich kann dir nicht so ringschieben Na gut, ich hab nur noch 40 Leben Ähm, wie kann ich die droppen? Äh, auf Drop Ja, ok, ich hätte vielleicht lesen sollen Hier, gönn dir Gib dir Drogen Du Scheiße Sorry, da wollte ich aber erstmal durch Bevor ich jetzt nochmal 10 Leben verliere Oh Ich warte nochmal kurz auf den Blitz und gucke, ob da hinten noch was steht Das ist doof Der Pier ist frei, da könnten wir nochmal lang gehen und gucken, ob da Munition liegt Aber da werden bestimmt so ne Seeviecher droppen Ja, stimmt, ich hasse diese Dinge Oh Gott Ah, fuck Geh weg Och du Scheiße Boah, wie nah kommen die denn hier bitte? Ok, jetzt muss ich irgendwie auch auf die Position kommen wie du Ok, hiervon nehme ich die Halb Ok Alles kurz? Hier sind noch zwei Ich lebe noch Ja, nehmen wir es mir jetzt noch irgendwie vorbei, dann haben wir es eigentlich geschafft Oh Das ist jetzt ein bisschen doof Das macht nicht so viel Spaß übrigens, äh, ich ziehe wenigstens mal den hier ran Ja, gut gemacht Oh mein Gott Hier liegt ein Revolver Hier liegt ein Revolver Hier liegt ein Revolver Und eine Glocke Hier liegt noch eine Hier liegt noch eine Und noch eine Syringe Du kannst hier noch eine Syringe mitnehmen Habe ich noch eine Syringe? Nee, ich habe keine Syringe Du hast mir da eine gegeben, also nimm sie Ok, T-Rex Moment, jetzt muss ich kurz überprüfen, wie viel Munition habe ich bei dem noch Ja, das ist ok, ja gut Ok, ich habe einen Schuss bei der PPSH Ich bin mir nicht sicher, ob es ne Ob es ne, ob es ne, ob es ne, ähm Ne P90 Nein, ne, ne, ne USP ist oder ne PPSH Wobei ich glaube nicht, dass es, ne, es ist ne USP Ganz deutlich Guck mal, wie das Viech uns anguckt Ja In diese Augen, die sich hier Ok Ich habe für alles nicht wirklich viel Munition Der Colt macht bestimmt übertrieben viel Damage Na, stimmt Hm Ich nehme mir eine letzte Sätze Nehmen die großen Ja, ich habe ihn auch auf drei Den sollten wir vielleicht gegen die großen Viecher verwenden Ich gucke jetzt mal wie langt, hier ist nichts ansonsten Ok, na dann Da ist ein Ast, ich bin noch ein Ast Du bist ein Ast? Ich mache nicht die Tür auf, jetzt kannst du immer sowas von vergessen Ok Du Arschloch Irgendwer muss es doch tun Ich wollte vorher gucken, ob hier Munition rumliegt Das musst du mir sagen Du Wichser Äh, ich höre was Ich erschieße dich einfach Ich bin erschrocken Du hast Branche Ja, danke, toll Ich hasse Nein, nein, nicht dieser Wald Oh nein Oh Gott, nein, da war doch irgendwas Ich habe mir das auch als negativ gemerkt Was machen wir jetzt? Rumsitzen Aufschlitzen Ja, da wäre ich dabei, ja Vorsichtig den Wald durchkämen und versuchen alles mitzunehmen Wir können uns echt keine Munition Da vorne scheint es weiter zu gehen Weniger Munition leisten Ähm Geh mal durch die Tür da vorne Bist du das? Gottverdammte Scheiße Ich habe ein bisschen überreagiert Ich auch Ich habe vier Schuss reingeballert Ich habe sechs oder so Warte, wie viel hat die normalerweise? 15? Ja, ich bin auch gerade mit der Glocke unterwegs Geh durch Ja, muss ich ducken Oh Gott Was ist das, du Wichser? Was? Was zu sprechen, Alter? Ich habe mich gerade todes erschrocken War ich? Ja Ne, es war nicht ich Okay, ich war es wahrscheinlich Okay, ich helfe dir Hauptschuss oder Bei den Viechern, oder? Ähm Links Oh Gott, plötzlich steht die vor dir Hab sie doch erschossen Ja, das kam jetzt irgendwie aus dem Nichts Oh nein, oh nein Da kommen nochmal welche Ähm Die sind heiß und nicht, aber wir Ich habe keine Munition mehr für die Waffe Hab noch zwei Schuss Da ist noch irgendwo eine Nein, das ist nur das letzte Recheln von den beiden Ich weiß nicht genau wieviel Schuss die mit der USP brauchen Ich habe übrigens meine Glocke jetzt leer Okay Aktuell Ich glaube wir gehen auch viel zu sehr auf Schusswaffen Wir hätten viel mehr mit den Steckern rumlaufen müssen Ja, stimmt eigentlich Wir sind Das war dumm Von uns Oh nein, oh nein Was ist das? Was ist das? Nein Doch, ich habe ihn schon gehört Ich habe ihn schon gehört Weißt du was? Ich habe da eine Spezialwaffe für solche Leute Ja? Ah Du hast die Shotgun, ich habe die hier Ich habe die Sniper noch Wo ist die das? Ja, ich habe die Sniper noch Oh nein, nein Simon Oh nein, oh nein, oh nein Er geht mit der Shotgun vor Wo ist der? Wo bist du? Bei dem Wald gelaufen? Oh Gott Ey, der hat aber keine gute Arbeit geleistet mit seiner Kettensäge Sonst wäre hier kein Baum mehr Also ich hätte das besser gemacht Wo ist der? Er scheint im Haus zu sein Ich werde aber nicht rein Ich denke ich auch nicht Irgendwo ist hier auch noch Simon Das ist mit der Shotgunjagd, ja? Nein, Simonjagd mit der Kettensäge Habe ich so das Gefühl Au Da drin liegt eine Waffe Welche? Ja, ich sehe sie Ich habe keinen Slot mehr frei Hast du noch ein Stoi? Nein, aber ich glaube ich kann meinen Syringe nehmen Ich nehme erstmal meine Syringe und nehme dafür die Waffe auf Ich mach mal Na ja, Drogen Ähm Waffe Ach das ist ein Semi-Auto, ja stimmt War ja geil Er müsste in dem Raum direkt vor uns sein Ähm Ja, der packt sich durch die Wand Ja, der packt sich durch die Wand Au nein, das ist Simon Das ist Simon Das ist Simon, der Shotgun Bitte versuch Bitte sag mal, dass ich seinen Kopf treffe Weil er sich durch die Wand packt Nein, treffe ich nicht Ich schätze er ist dezent stark Oh Mann, nein Ja, ist er Oh nein, da ist die Kettensägen-Typ und Simon Okay Das ist ziemlich gruselig, wie er sich durch die Wand packt Finde ich Können wir hier wieder raus? Ja, wir können auch einfach wieder gehen Warte mal Ähm Die Waffe hat eh keine Munition mehr Ach so, wie machen wir das jetzt? Du hast nicht zufällig irgendwie eine Handgranate oder eine Atombombe oder so? Da liegt meine Sniper Du pass drauf auf Ich geh rein Ich passe drauf auf, okay Ich lass noch ne Waffe hier Ich lass einfach alle Waffen hier, die irgendwie wertvoll sind Okay, ich versuche das zu schaffen, dass sie nicht disappearn Ja, die werden schon nicht disappearn Ich hoffe Oh, meine Fresse Beste Engine der Welt Hab ich grad geschossen? Hab ich mal ne gute? Ja Wollte ich nicht Oh Gott, Simon Bin ich tot? Er ist tot Das war der leichteste Simon, den ich je hatte Ja 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 Ich hatte trotzdem Angst vor ihm Ja ich auch Er hat ne Shotgun Was mit deinen Waffen? Ja den nehm ich mit Aber wieso hat ein Charakter in diesem Spiel ne Shotgun? Simon ist der Boss Ja Der einzige und genau Der Kettensägen Boss ist auch ein Boss Nein, der ist kein Boss Der ist eigentlich nur ein Arschloch Oh So, jetzt die Waffe der Ähm Wo ist Kettensäge? Weiß ich nicht, ich muss grad erstmal ne Waffe suchen, die Munition hat Bei mir hat jetzt nur noch die Hardcover von der Munition Warum bist du kein Donator? Hier liegt Nein! Ich bin tot Sniper weg, alles weg Ich kann nicht, ich kann nicht raus Du musst nochmal spielen, äh nochmal springen Hier liegt zwei M4s in dem Raum Ich hab ihn Ich lebe dich wieder Ja bitte schnell Bitte, bitte, stirb nicht weg Bitte, 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 bitte Wenn ich dir einblase, dann lebst du wieder, ja Ja, das ist doch ziemlich geil, danke Oh, das hat mir gut angeblasen, danke Alter Wieso sind wir weg? Inventory full, halt die Fresse, du Hurensohn Derf irgendwas raus Bring nicht um Die Waffe Die Waffe ist egal Nein, halt die Fresse Drop Drop Ja, die will ich ja nehmen Die ist tot Ähm Ich hab Ich kann die gleich wieder droppen, die ich in der Hand habe Dann kann ich mir nämlich auch eine M4s Ist die leer? Ja, die ist leer Ich hab jetzt noch ne, so ne Burst Fire Pistole Weißt du, du hast deine M4s schon, oder? Ja Gut, dann nehme ich meine auch Quip Warte, ich nehme mal kurz Hier liegt noch eine What? Eine Syringe Oh geil Was schätze ich nicht? Die kann immer noch nur einen Donator nehmen Die ist leer, schätze ich mal Ja, die ist leer Ähm, dann liegt hier noch ein Knüppel Meine PPS Nein, meine USP Und mein Inventory ist full Äh, lass ich die Lass ich die USP liegen oder die Glock? Diese Entscheidung musst du setzen Hast du noch freien Platz? Nein Aber ich kann dir meine Taunus 357 Magnum geben Habe ich auch noch eine Ja, dann gebe ich dir die, dann habe ich einen Platz frei Dann kannst du hier die Munition von meiner haben Weil ich verwende Revolver eh nicht Hast du noch eine Syringe? Nein, aber da vorne liegt eine Ja, ich habe auch noch eine Dann, ähm Dann nimm du die zweite Glock mit Und ich nehme Ich habe aber noch einen Schuss verballert bisher Die zweite Glock würde in meine, äh, Glock reinfließen Scheiße Dann hätte ich die Munition dafür Ähm Und ich habe nur noch zwei Schuss für meine Glock Danach nichts mehr Du hast jetzt noch Platz, richtig? Äh, nein Nur noch für Munition Also meine Glock ist leer Hast du jetzt einen Syringe aufgehoben? Ja Dann gib her, ich habe eine Die kann man stacken Stopp Da drüben liegt noch eine Das ist gut Ähm, dann du mal Kann man stacken? Ne, kann man gar nicht stacken Man kann hier nur eine aufheben Ach, du lügerst Ja, ich lüge Meine Glock ist leer Okay, ähm Scheiße Dann brauchen wir deine Glocke eh nicht mehr Ja, ich habe jetzt deine Waffe aufgerufen Meine Glock ist leer Ja, scheiße Ach Gott, dieses Spiel, Alter Das zwingt einem zu so harten Entscheidungen Nach drei Minuten Oh, oh Gott, nein Nicht nach, nicht nach da rankommen Ich habe da gerade drauf gedrückt Dann, da kommt die nächste Map Müssen wir machen Wir haben keine andere Sache Ich habe Gerade zwei Syringes aufgehoben Zwei? Ich habe vorhin einen aufgehoben Und jetzt gerade eben nochmal eine Wieso? Ich habe meine Glock doch noch dabei Ich habe meine, meine USP gedroppt Oh Fuck, scheiß auf die Glock, Alter Die USP ist so viel besser Nein, ich will nicht meinen komischen Ninja-Stick Die USP macht einfach mehr Schaden Daher die Entscheidung für die USP Das ist hart, Alter Die Entscheidungen sind hier schwierig Ja, das stimmt Wollen wir jetzt noch schnell mal das nächste Level zeigen und dann aufhören? Ich, ja, okay Konntest mir jetzt nur folgen Ja, ich, ja Ich fliege jetzt wahrscheinlich eh wieder raus Ja, und ich werde jetzt gleich alleine gegen 50.000 Sachen kämpfen müssen Scheinlich? Ne, noch nicht Ah, du bist noch da Okay Och, nö, wieso denn Wald? Ja, super aus Wieso muss es Wald sein? Ich, das ist auch gerne Davon ist ein Haus Also wir haben jetzt noch zwei Minuten Zeit Gehen wir noch vor? Ich mag eigentlich nicht mehr, aber okay Ja, ja Ich habe auch Angst Gut, wir können die Gegner übrigens hinter Bäume bangen und so So gut ist die KI glaube ich nicht Oh mein Gott Civilisation Oh, ja, just Och, nicht schon wieder Wir tre- nein, nicht schießen Wir- wir tricksen den jetzt aus Pass auf Ich glaub nicht, dass man den austricksen kann Wo rein? Haus Was zum Hat dich da gerade was geschlagen? Danke, dass du mir das sagst, aber Äh, oh nein, scheiße Nein, da ist noch einer, da ist noch einer Egal Ich bin drin Los, weg, shit Fertig Munition Für die Glock Ach nee Ach komm schon Hilfe Hilfe Au, au Bist du tot? Ja Ich wurde gerade hier geschlagen Ich auch Nein Wir sind echt Beste Fuck Weißt du, wo wir neu anfangen? Hier und wir haben keine Waffen mehr wahrscheinlich Ja, wir haben gar keine Waffen mehr Dass man keine Waffen mehr hat, ist unfair Extrem unfair Man sollte wenigstens noch die Waffen behalten, die man hatte Oh, ich habe eine Remington 70, ich habe noch eine Shotgun Oh, abgestürzt Oh Also habe ich gar keine Waffen mehr Also habe ich gar keine Waffen mehr Komplettes Spiel? Nee, nur Server Okay 2-3 Sekunden noch Oh Leute, das Spiel ist echt hart zu spielen Ich war jetzt Wieso bagge ich mich hier gerade rum? Was machst du? Oh, ich habe auch noch mal eine Shotgun Ja Wow, man kriegt hier umsonst Shotgun Halt die füße Spiel Wow Das Shotgun, many Useful Das ist Verteidigung Na ja, wichst das Und was machen wir jetzt mit denen? Oh Gott, nein Lass ihn in Ruhe Nein, ich hänge jetzt auch fest Der Term ist abgelaufen Okay Ich lebe wieder Oh Gott, nein Das ist ein bisschen doof Ja Could you please die? Ich habe gerade echt keinen Bock mehr auf das Spiel Kannst du irgendwie Gegner die spawnen lassen? Nein, ich wüsste nicht wie Das ist nicht mehr gruselig Das ist einfach nur noch unmöglich Es ist möglich, aber Nicht leicht Wo ist er? Man kann sich keine Waffen Wo ist er? Tod wahrscheinlich Man kann sich keine Waffen cheaten Man kann sich nur in das Level versetzen Dann hat man keine Waffen mehr Ah, ich kann dich wieder überleben Wow, ich habe eine leere Shotgun dann Wow Da ist noch einer, dem du dich töten lassen kannst Er ist direkt vor mir Wat? Wo bin ich? Bist du was zum Teufel? Er ist tot Oh mein Gott Der war gar nicht mehr da bei mir Der ist einfach dies Okay, jetzt habe ich Angst Okay, jetzt lassen wir den Part beenden Okay Ähm Hoffe er hat euch gefallen, mir nicht Haut rein, tschüss